Noch nicht so, oder? Doch, 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 doch. Echt? Da hätten wir ein bisschen mehr Mühe geben können, oder? Wie ist... Ah! Ah! Puh! 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 Jetzt merkt man, das ist der gleiche in Peller wie der... ähm... wie im Staff, Alter. Da klingt es ja ähnlich. Puh! 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 Ja, ordentlich bin ich. Also Kraft hat sie genug. Wer die Frackfläche nicht genau gestimmt hat, darf dann eine neue bestellen. Oft schreiben die Leute ja auch hinter das Lager vorrätig und dann bestellt sie es. Wunderschön.